hallo und willkommen zurück zu meinem kleinen siedler 2 let's play beim letzten mal ist der total war ausgebrochen ja ich feite da unten gegen rot hier oben gegen gelb hier werden so meine soldaten mal ein bisschen weiter ausgebildet kommt oder die münzen raus die sandluft zur burg feindes gebürde eingenommen feindes gebürde eingenommen drei stück so wie ich das wollte das ist ja schön da war noch eine münze drin sogar so wollen wir das haben hier kann ich jetzt auch ein paar müssen noch ein ballern hier genauso einfach nur meine soldaten ein weiter auszubilden dieses bergwerk ist verbraucht so dann gucken wir mal auf die militär macht sie sind jetzt ungefähr aussieht 23 besiegt die gegner gold immer noch wenig aber von der militär macht schließlich so langsam auf und sollte ich wahrscheinlich sogar bald beide überholt haben was ich hier mal ganz kurz mache ich um soldaten auszubringen okay ich will hier nämlich nur ein schützen drin haben keinen general es wird ziemlich bescheuert wenn da jetzt ein general rein kommt kommt einer muss doch darunter laufen wenn ich jetzt steppet oder was es ist um mal gucken ob es funktioniert hat ich weiß es nicht jedenfalls sollten jetzt große soldatenwanderung kommen hat schon so funktioniert wie ich das wollte okay da kommt ein katapult hin das heißt ich muss weiter angreifen wir haben angegriffen dieses bergwerk ist verbraucht wer es schade keine briefe aber das sah gar nicht so schlecht aus ja wir werden angegriffen das ist mir auch schon klar das ist mir durchaus bewusst geworden dass wir angegriffen werden koja mal vorkommen wir werden angegriffen wir werden angegriffen feind ist gebäude eingenommen feind ist gebäude eingenommen feind ist gebäude eingenommen ok ich habe groß was machen okay das ist zu viel das hier ebenfalls habe ich auch keinen bock zum kämpfe das könnte wehtun da glaube ich werde ich mächtig auf die fresse kriegen gleich ja ich glaube schon ich bin mir sogar ziemlich ziemlich sicher dass ich da mächtig auf die fresse kriegen wird deswegen kommt da jetzt auch keine weitere münze rein zunächst einmal wobei es sind nur noch drei hier ist der stark ok ich bin mir ziemlich sicher dass ich doch nicht auf die fresse kriegen wird jaaa aber da kommen direkt noch mal drei na komm ok schön 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 ich glaube die burg halte ich ich bin mir einigermaßen ich bin einigermaßen zuversichtlich die burg zu halten ich habe noch einen general und einen offizier drin und hier stehen noch einige soldaten kampfbereit sobald sie ja irgendwas tut wird einer reinlaufen ich weiß nur nicht ob ich das ist ein kampf sieht es denn da unten eigentlich aus schon so ziemlich tröge wir werden angegriffen aber ich sollte genug haben um mich zu verteidigen keine weiteren steinbestände wäre denn der hier ok ja das sind aber auch wirklich nicht mehr sonderlich viele und da unten sind eigentlich nur schwächlinge wenn ich das richtig sehe wir werden angegriffen keine weiteren steinbestände und wir werden angegriffen und was feindliches gebäude eingenommen jaaa belagerungsstand gehalten feindliches gebäude eingenommen feindliches gebäude eingenommen sooo wie sieht es denn jetzt so im allgemeinen aus nicht inventur auch nicht militär statistik ich habe viele begegner besiegt und ich bin jetzt die stärkste militärmacht das ist doch schön die stärkste militärmacht zu sein ach die münze war ein bisschen sinnlos aber was solls aber ich habe jetzt auch keine soldaten mehr über ich gehe jetzt hier erstmal diesen vernichtungsfeldzug gegen rot weiter sooo sooo das ist halt einfach fies dass wenn man ein gegnerisches gebäude einnimmt dann einheiten verliert da habe ich glaube ich ein lager kaputt gemacht sooo überall verbindungen ziehen einfach nur dass die soldaten auch safe einen weg durch haben so ähm so jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wir werden angegriffen dieses bergwerk ist verbraucht das ist natürlich schade feindliche gebäude eingenommen wir werden angegriffen und das wird hier auch eingenommen da habe ich hoffnung dass ich das hinkriegen sollte haben wir dann ja auch keine weiteren steinbestände wir werden angegriffen das werde ich auf keinen fall halten können wir werden angegriffen das werde ich halten können die beiden nicht die wollen da angreifen ich habe den kerl auf jeden fall schon mal gut zurück geschlagen ich würde gerne jetzt mal hier einfach eine burg hin bauen um ein bisschen bessere position hier zu halten und nachträglich noch ein paar soldaten da unten ausbilden zu können das tor habe ich noch gar nicht gefunden dieses bergwerk ist verbraucht so das war es dann glaube ich auch mit gold für mich wie zur hölle ist da jetzt gerade einmal warum wirst du mich veralbern ja die position hier werde ich nicht halten können ich glaube ich sollte mich fast bis zu meiner burg zurückfallen lassen oder zumindest bis zu einem gewissen punkt und dann okay ich werde hier erstmal eine burg bauen und bis zu dem punkt lasse ich mich zurückfallen das bringt sonst nix da wird er mich eiskalt niedermachen dann wird es da oben erstmal weiter gehen das katapult das ist hier hier kann ich noch nicht angreifen hier steht eine unbesetzte burg hier kann ich angreifen mit fünf mit sechs leuten greife ich hier an und hier mit neun leuten hier nochmal drei in der hoffnung hier dieses gebäude hier einnehmen zu können ein feldzug wird fortgesetzt da unten erst mal angehalten und da oben dafür fortgesetzt ich muss sobald wie möglich diese barrack hier einnehmen dass dieses katapult hier unschädlich gemacht werden kann ist jetzt schon ein neuner schon neuner so auch eine riesige schlacht und er hat ausschließlich generelle das ist schon hier direkt da nach oben und da ist noch mal da ist noch mal ein katapult aber das schießt noch nicht vielleicht kein stein grad drin wir haben von einem katapult geschossen ja scheiße und das ist auch direkt angegriffen angegriffen feindliche gebäude eingenommen wir haben von einem katapult geschossen okay weg damit wir werden angegriffen wir werden von einem katapult geschossen seit 30 minuten nicht mehr gespeichert weg damit weg damit das würde ich ohnehin nicht halten können okay dann speichere ich hier und dann bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch spaß gemacht ciao